. Name enthüllt, so heißt Bonnie Stranges neugeborene Tochter . Jetzt gibt Bonnie Strange, 31, es endlich selbst aller Welt bekannt. Erst am vergangenen Dienstag wurde öffentlich, dass das lang ersehnte Babygirl des Models zur Welt gekommen ist. Ex-Freund Lebo Freemann, 29, hatte die Nachwuchspombe via Sozialmedia platzen lassen. . . Mai um 19 Uhr 42 mit einem Gewicht von 3510 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern in Berlin geboren wurde. . Es ist genau, wie viele sagen, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Zudem verriet die 31-Jährige, wer im Kreißsaal bei der Geburt dabei sein durfte. . Papa Lebo beklagte nämlich, dass er sein Töchterchen kurz nach der Entbindung nicht in die Arme hatte schließen können. . Alle, die bisher ein Kind bekommen haben, wissen, dass es eine sehr intime Erfahrung ist, die man nur mit Menschen teilen möchte, denen man zu 100 Prozent vertraut. . Daher hatte ich wundervolle Freundinnen und meine großartige Hebamme Sissi dabei, erklärte. . 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 Bis zum nächsten Mal.